Gesucht! Alte Filme aus Monheim am Rhein für unser Filmarchiv. Wir suchen bewegte Bilder von Straßenszenen, Baustellen, Marktszenen, von alten Monheimer Bussen und Bahnen, von Schiffen, dem Rheinofer, Festen, dem Schelmenturm, Karneval und vielem mehr. Auf Super 8, Normal 8 oder 16mm Film, egal ob in Farbe oder Schwarz-Weiß. Was wir allerdings nicht brauchen sind Tannenbäume, Tannenbäume oder Tannenbäume. Und auch Aufnahmen von privaten Geburtstagsfesten brauchen wir leider nicht. Unser Angebot? Wir sichten Ihr altes Filmmaterial. Ist es für das Archiv interessant, digitalisieren wir die alten Filme und Sie überlassen uns die Veröffentlichungsrechte von ausgewählten Szenen. Als Dankeschön bekommen Sie von uns eine moderne, digitale Kopie Ihres vollständigen Filmmaterials. Ihre Aufnahmen bleiben damit für immer gesichert. Ganz wichtig! Wir suchen alte Außenaufnahmen aus Monheim am Rhein. Auf Film. Film? Film. Nicht auf Video. Senden Sie uns Ihr Material zu. Als Zeitdokument. Stadt Monheim am Rhein, Öffentlichkeitsarbeit, Rathausplatz 2, 40789 Monheim am Rhein. Psst! Auch nochmal den Opa fragen. Schöpf insauspiel. Veruar allons Plakken. Öffentlichkeitsarbeit. арl